Juhu, Josch macht noch eine Folge mit mir. Ich sitze hier nur und schlafe halb ein, während du spielst. Oh, können wir diesen Wurm jetzt verbinden? Ja. Ich mache es doch, wie der Rest quasi dann immer so weggeblendet wird. Okay, was kann ich mit dir machen? Kann ich auf dir... Oh Gott. Und jetzt? Ja! Oh Gott. Ja, ah, der bringt dich jetzt einfach zurück, ne? Dass man nicht den ganzen Weg zurücklaufen muss. Das ist super clever vom Game, nicht sein einfach. Das ist nett. Weil du hast das Gefühl, du hast Erfolg. Ja, das ist relativ easy, weil es ist hier quasi nicht jetzt, ne? Es ist einfach so unterirdisch. Fertig. Das sieht so cool aus hier. Das sind vor Himmel, ne? Okay. Tschö. Ja, weiter geradeaus, alles klar. Ah, und jetzt kommen wir da hoch wahrscheinlich, ne? Ja, jetzt können wir uns schießen lassen, alles klar. Geil. Ah! Aber wir müssen ja eher... Dann muss es jetzt irgendein... Ja, da so weit hoch schießen, die müssen ja gehen. Ah, ah. Aber wir sollen ja da hinten nochmal. Weißt du, das... Das... Guck mal da. Ah! Oh, oh. Ja. Die machen schon wieder... Das ist wieder Stress. Ah, die haben den im Fluss geholt, den Großen, der mich immer frisst. Alles klar, also da ist das grüne Teil, da müssen wir dann hin. Aha. Wir dürfen da nicht drauf, das weiß ich. Dann machen wir nochmal... Was meinst du mit nicht drauf? Nein, nicht durch diese Plattform durch. Warum? Ist doch deaktiviert. Die bügen uns nicht, die Plattformen. Kommen wir hier auch auf irgendwo? Aber hier... So, mit der Blümer. Auf eine Art sind diese Lichttypen, diese Stillen, was sehr Menschliches in ihrem... Gar nicht mal in ihrem Aussehen, aber in ihrem Habitus, äh. Alles unter ihre Kontrolle bringen, ordnen, sich untertan machen. Das kennt man doch irgendwoher. Ja, so typisch Mensch. Ja. Ein bisschen Glückwunsch. Okay, das haben wir schon geschafft. Das war jetzt so schnell nicht. Nö. Ach, ich muss mir erstmal umstellen. Puh, das ist wirklich geil. Vielleicht auch. Aber da ist wieder so eine... So eine Erinnerung. Erfahrung, ja. Dafür müssen wir dich einstellen. Die gruseln mich immer. Ich auch. Hey. Hallo. Spezialkamera-Fahrt. Oh nein. Ich gucke auch immer nach unten gerne. Da wurde der Hirsch gefangen. Super langsam. Ja. Bin ich immer mit dem. Ach ja. Immer so. Ja. Guck mal, jetzt kommt der mir gar nicht so groß vor. Doch. Guck mal, wie klein ich werde. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Ja, ja. Hm. Ich werde auch so krabbeln mal. Wie so eine Schatzkiste. Oh. Viele davon. Und was machen die? Ah, nichts Gutes. Oh, oh. Guck mal, Panik kriegen wir. Hast du gehört? Wir atmen ganz schnell. Hm. Okay, wohin jetzt? Weiter genau. Okay. Kann ich an dem klettern? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht. An solchen dicken kann ich nicht. Nee. Die sind keine richtigen Bäume. Es sind so eine... Jetzt kann ich mich da rüberschießen lassen. Sehe ich dann, was ich... Aber musst du nicht gerne. Ja, ja, will ich. Muss ich mal nicht. Aber ich wollte nur gucken, was es hier gibt. Da unten. Aha. Das ist mir schon wieder irgendjemanden befreien, ey. Immer müssen wir hier irgendwie mal aus der Kräme helfen. Das würde ich nicht unter uns machen. Weil das sind die Viecher, die uns normalerweise fressen würden, ey. Na gut. Wollen wir nicht so sein. Dass es einfach in Wasser auflöst. Ah. Was? Na, es wird wieder mehr Wasser. Ja. Aber was... Kommen wir jetzt deshalb da rüber? Ach, jetzt kannst du da rüberschwimmen, beziehungsweise über die Plattform wieder gehen. Mhm. Jetzt wären wir da nicht hingekommen. Wasser an Tussamt. Cool. Ah, jetzt wäre es nicht gegangen. Jetzt können wir hier mal hoch. Nee, du bist nur in die Richtung geschossen. Ah, ich wollte auf das hier eigentlich. Nein, nein, nein. Mich mit dem schießen lassen, nach da hoch. Wirst du das? Nee. Ich dachte, so kann ich vielleicht da hochkommen, aber nein. Nee, die sind immer genau ausgerichtet. Man kann dann auch nicht umlenken. Das habe ich versucht. Ja. Ich weiß nicht, wie man da hochkommt. Von hier. Oh, warte. Ja. Von dem da. Ja. Ja. Klub. Klub. Oder? Ja. Versuch's mal. Kann sein, dass er dich... Nee. Nee. Dann ballert dich auch nur daran, aber die da weiter oben vielleicht. Vielleicht. Weil der bringt dich jetzt einfach aufs nächste Le... Ah, es ist doch an sich. Hm. Naja. Naja. Ich gucke, ob es da so irgendwas gibt. Das Spiel wird schon wissen, wo es uns hinhaben, ey. Naja, immer geradeauswitzig. Ja, jetzt habe ich mal. Ja. Progress. Oh. Oh. Ich dachte, hier warst du nicht. Dachte ich auch. Äh. Nein. Wir brauchen unsere Hilfe. Da oben. Bist du gut oder böse? Du bist irgendwie so ein Mix aus beiden. Ja, es sieht so seltsam aus. Ich habe Angst. Oh, da ist eine Erinnerung. Ach, schon wieder. Und... Okay. Das sehen aus wie Fisch. Ah, Fische werden gefangen. Ja. Und da unten ist ein großer Fisch oder Wal. Ja. Das nächste ist ein Wal. Ja, gleich. Ne. Doch. Achso, ne. Ich wollte auf das in der Mitte. Ich dachte, ich habe das auch gedrückt. Oh. Zwei von denen in einer Folge. Richtig hintereinander. Oh Gott. Das ist immer so creepy. Okay. Ich kann mich nicht bewegen. Guck, wir sind schon wieder in Panik. Ah, wir werden jetzt zu so einem Roboter. Uns wird das eingesetzt. Wir sind aber ein kleiner Roboter. Das ist echt creepy, ey. Mhm. Und die... Ich habe das Gefühl, die Roboter leiden irgendwie auch. Ja. Dann werden wir da durch. Ja. Ah, ja, warte. Da können wir uns gleich durchschießen. Wahrscheinlich. Mhm. Wenn wir den vor... Erstmal Vogelgezwitscher anmachen. Die Frage ist, schaffen. Schaffen wir das? Ich sehe unseren Marker nicht. Äh, ja. So? Äh, ich fürchte, wenn du ihn nicht siehst, dann wird es nicht funktionieren. Kann ich näher ran? Nein. Nein. Ist klar. Kannst du dich... Ich brauch so einen Bär. Äh. Wollen wir mal Hallo sagen? Ähm. Aber kann sein, ich tippe... Ah! Oh Gott. Ich tippe, wir waren gerade das wie, oder? Um das sein? Warte, 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 warte. Wollen wir die jetzt ranlocken? Vielleicht können die das Ding kaputt schießen. Wenn die schießen, schieß auf mich, schieß auf mich. Dann musst du einen hoch. Wenn man sich schießen, springst du runter. Oh, sie schnappen mich auch. Alles klar. Nein! Äh. Okay, aber die machen nur diese Netz. Ich dachte, die schießen vielleicht das Netz kaputt. Da muss ich wahrscheinlich erst den Bären befreuen. Oder irgendwas anderes befreuen. Ja. Geh, aber meine Theorie, weil wir ja gerade so klein waren in so einer Erinnerung, ne? Das hier in der Erinnerung halt so ein Vieh war. Ja, quasi. Okay, also nicht da lang zu erst mal hier durch. Da ist was die Sackgasse für dich gewesen, ne? Ach, viele von denen. Erstmal da weiter. Ja, genau. Und vor allen Dingen stellen wir schon mal die Springblume ein. Weil die gibt's hier überall. Okay, wir müssen da rum. Dann links, ja. Wie viel davon gibt er? Ja, also drei, vier Hörer auch, als wir da festzulassen. Das war ein ganz fieses Orange. Wie viel lang? Hier sieht's eigentlich so aus, als sollte man lang gehen dürfen. Oh, oh. Das ist geschwind. Fuck. In so einem Busch. Oh Gott, sind die eklig, ey. Also ich finde, der Anfang ist sehr kinderspielmäßig, aber da kriegt man als Kind doch jetzt Zustände, oder? Mhm. Wie komme ich auf diese Blumen-Dinger? Naja, irgendeine Ebene zu tief hier. Ich laufe mal weiter nach hier und guck mal, was hier kommt. Oh, oh. Hm, ich seh's. Nein, 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 nein! Ich dachte, ich komm weggerannt, weil man kann ja weg ran. Man sieht auch nicht so wirklich, wo es... Da ist aber das Licht jetzt echt... Ich glaub, da ist das Licht auch so... Gameplay im Sinne von, es erhöht die Schwierigkeit, weil du nicht so gut sehen kannst. Okay, rechts rum mal gucken. Das versuch ich jetzt. Ah. Also. Aber hier, von hier kann ich da drauf nicht springen. Wollt ihr einen Baum oder sowas? Guck doch mal auf die Map, was ist genau dein Ziel? Die Mitte davon, da oben, also das Ding in der Mitte. Also das Ding. Okay, das Ding soll es kaputt haben. Dann musst du halt irgendwo hochkommen. Das heißt, du musst erst mal die Ebene hier schaffen. Aber wie, wo? Ich finde, es ist ja irgendwo rechts rum. Ich dachte eigentlich, man kann von hier nach da springen. Mhm. Hat aber nicht geklappt, ne? Ja, und das Problem ist, es ist so niedrig. Von was macht man danach? Aufs Nest klettern. Ja, von da auf den Baum. Du kannst hochklettern, ne? An diesem Baum nicht hier. Nee, aber auf den linken da. Bei dem Nest. Weiß ich nicht. Versuch's nochmal aus. Versuch's nochmal aus. Das war... Das war kein gutes Deutsch. So eine Mischung, was probier aus und versuch's. Mäh. Na doch. Aber hier kann ich... Oh Gott! Hier kann ich nicht drauf klettern. Nein! Nein! Bitches! Ich komm da nicht hoch. Versuch's doch! Du musst erst mal stecken! Mann, die sind so eklig! Die sollen weggehen! Die sind echt mies, ey. Die sind echt mies, ey. Geh weg! Die sind so Wildschweinhunde. Ja. Jesus, ey. Aber war es jetzt richtig? Weiß ich nicht. Man konnte an dem nicht hochklettern im Nest. Nee, aber kamst du da jetzt voraus? Rechts. Ja, ich glaube, man kann dann... Ich probier was aus, ob man das auch so kann. Komm mal hier rauf. Jo! Jetzt! Achtung! Ja! Yes! Puh! Ah! Hier rauf! Und dann? Schauen wir uns um und sehen... Nichts! Hä? Darüber kommst du nicht? Warte mal. Das ist doch zu hoch. Außerdem steht da so ein Feed drauf. Ja. Und die haben dich aber... Das geht ja auch nur. Die können dich schießen nicht nur hin. Der da... Die anderen zwei würden dich ja woanders hin schießen, aber zu denen kommst du ja so einfach nicht. Es sei denn, du kannst da irgendwie auch jetzt von da auch... Hä? Aber warum sollte man dich hier hochschießen? Das frage ich mich auch. Aber dann lauf erstmal in die andere Richtung. Hier, lauf erstmal in die andere Richtung. Genau, weil ich kann das vorschlagen. So, ja. Und bevor ich hier hochfliege, gucke ich mich einmal um. Hm. Okay. Genau, das bringt dich da rüber. Okay, easy. Das ist easy. So. Jetzt machen wir den Vogelruf an. Mhm. Zwitschern ein bisschen. Und... Ah, jetzt wird das Wasser höher. Ja. Ah, das ist so geil, wie ist halt gleich die Farbe wieder... Oh, danke, ja. Jetzt haben wir, glaube ich, die anderen auch alle ertränkt, oder? Das wird ziemlich geil. Ja. Ja, jetzt würde es weiter gehen, ne? Ja. Da geht's zurück. Da war die Höhle. Da kamen wir... Vielleicht kommen wir jetzt weiter. Checks. Aber der... Das obere Level ist ja genauso wie vorher. Also... Weil die Höhle war doch hier unten. Ja. So. Da war Wasser drin. Also... Ja. Versuchst du da. Mach ich jetzt ein paar mal. Hup. Ähm. 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 Viel Glück damit. Nananana. Was? Wieso hat er mich da drinnen gesehen? Er hat ihn nicht gesehen. Ich... Das ist halt... Wenn die da ranlaufen, dann drängen die einen raus. Oh, okay. Dass er die Kollisionserfrage dich rausschiebt quasi. Und dann sehen sie dich halt. Bin ich jetzt auf der Rechte? Ja, bin ich. Ja. Sprich noch mal. Was sind denn so viele da? Du musst dich einfach mal umdrehen oder? Du kannst ja vielleicht hinter ihnen ja. Ja genau. Ganz kackendreist in ihrem Rücken. Boah, oder auch nicht. Was durchrenzt? Mache ich gleich. Ah, da renn wir schon wieder nicht rein jetzt. Ne, renn wir auch nicht in mich rein. Guck da hinten ist jetzt offen, oder? Sieht es mir aus, dass man das einfach noch nicht angezeigt hat. Ah, deswegen ja. Geht weg jetzt hier. Boah. Und jetzt? Soll ich es mal ausprobieren? Ich glaube, da fielen die durch. Glaub ich auch. Aber wenn sie nicht gehen, okay wir warten 10 Sekunden und sonst werde ich. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Ah, ich bin auf seinen Rücken gesprungen, hast du gesehen? Okay, also das ignorieren wir einfach erstmal. Ja. Ich konnte auf seinen Rücken springen, weil sie nicht gezähmt sind, weil sie nicht zahm sind. Okay, dann hinüber. Oh, warte mal. Das können wir aber so rummachen jetzt. Na. Boah, ich schlafe wirklich bald ein. Ich bin echt... Wieso, nein? Ich habe die ganze Zeit nicht gearbeitet. Ich war aber... Ich ja auch, aber nur heute Abend unterrichtet und das war's, aber... Du hast jetzt total K.O. gerade. Weißt du, ich rette hier die ganze Welt. Hm. Und ich applaudiere dir. Oh. Ohne Sarkasmus. Den Sarkasmus im Klatschen müsst ihr euch gerade rausdenken. Den hört man auch im Klatschen. Ich hatte... Nein, ich hatte nicht mehr so Energie für so einen wirklich emphatischen Beifall. Jetzt kommen wir doch in die Hubwelt zurück, oder? Ja, guck mal. Ja. Jetzt gibt's ein neues Bild. Okay, also nach rechts. Ja. Aber jetzt müsstest du eigentlich gefühlt in eine neue Welt gehen, ne? Hier gibt's noch so viel zu sehen. Der Vogel sagt, komm nach oben. Ja, jetzt ist es ein Schlangerzeug. Aber ich sag, nö. Hier sind überall so eine Viecher noch, ja. Hm. Wuhu! Oh. Wuhu! Oh, das sieht schon wieder so lebensfeindlich aus hier. Ja, absolut, ey. Okay, dann müssen wir nochmal eine Befreiungsaktion, glaub ich, starten. Uiuiui. Ah, da rechts wahrscheinlich, oder? Ja, ich guck gerade mich einfach nur so um, was wir hier sehen. Ich seh auch das Ziel noch nicht. Da unten liegt was. Ach da, auf Land. Guck, der braucht Wasser. Ah, okay. Geben wir ihm Wasser. Ach, weil da unten ist doch irgendwas drin. Dann ist ein Kristall. Aber ich frage, kommst du an den Kristall danach immer noch? Nein. Danach ja, davor nicht. Danach nicht, genau. Danach ja, weil dann was... Genau. Okay, check. Den merken wir uns auf jeden Fall. Blup. Man muss immer echt aufpassen, wenn die einen so schießen. Ja. Ich glaub, die schießen dann immer genau da... Aha. Da vor dir ist das... Ne, vor dir rechts. Guck mal da. Da. Ja. Ja, aber wie frage ich, muss ich da hin und dann da hin? Oder gleich eins runter, oder? Du könntest da runter gleich. Falls du... Ich glaub, es gleitet da runter und dann schießt der dich da hoch noch. Glaub ich auch. Nur um sicher zu sein, dass du auch da ankommst. Ja. Oh! Oh, ist da riesig. Oder so viel Wasser. Oh Gott. Hey, ich hab doch noch eins verschossen. Oh, und wegen. Cool. Da gucken die blöd, ne? Jetzt flüchten sie. Ja, lauft ihr nur. Ihr Deppen. Ja. Run you fools. So, holen wir uns rein. Das war unsere Belohnung, würde ich sagen. Ja, die war da drüben. Richtig? Mhm. Lauft ihr nach. Kein, kein gutes Let's Play kommt ohne mindestens ein Gandalf. Einmal Gandalf. Mindestens jedes Let's Play braucht mindestens ein Gandalf. Ja. Kommt schon. Da. Ja. Weil da ist es viel. Ja, von oben und irgendwann kurz... rein. Sneaken. Ja, ich helfe euch hier und ihr wollt mich dafür fressen, oder was? Ja. Ist doch noch so ein... Ah, ne, ist eine Stadt. Entschuldigung, wir haben ja noch nicht. Da unten. Wo? Wo ist denn? Ah. Nice. Cool. Wird man auch von hier sneaken können. Mhm. Sneaky, sneaky. Na, wo geht's weiter? Na, da wieder lang, wo wir eben waren. Und dann schießen wir uns da, warte mal. Mhm. Ah ja, da. Ah! Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Nicht aufessen. Nicht essen. Wir schmecken nicht. Wir schmecken nicht. Wir schmecken nicht. Süßen Wasserlüpfel. Wasserfloh. So. What's next? Tafel auf jeden Fall. Aha. Fisch. 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 Fischwelt kommt jetzt wahrscheinlich. Oh, da kann man sich mit... Ah, da oben. Ist doch so ein Ding drauf. Aha. Hallo. Du kommst uns nicht. So. Boah. Bist du ein kleiner... So ein kleiner Minivogel. Kommen wir hier hoch? Ja. Bringt uns aber gar nicht so viel, wie ich dachte. Nö. Wir müssten da runter, ne? Sieht ein bisschen so aus. Obwohl hier... Können wir hier... Nee, hier kann man sich ruhig schieben. Nö, auch dahinter sieht es nicht aus, bis wir weiterkommen. Ja, nach unten. Das Spiel sagt ja, geht da hin. Oh. Mhm. So eine Wasserwand. Oh, oh. Oh, das ist ja ein lustiges Maul. Der muss die doch jetzt bestimmt aufmachen. Ich tippe drauf, ja. Weil sonst... Wenn der uns schon so gefeatured wird hier. Aber er erschießt mich halt so. Ja. Versuchen wir es. Hm. Aber wie kriege ich denn da dazu zu schießen? Ohne, dass er dich erschießt. Das ist fast unmöglich. Naja, sonst gucken wir mal, ob da irgendwas anderes noch in dem Raum ist. Weil ich glaube nicht, dass du da... Oder was passiert dann, wenn du da... Ah, okay. Ah, ich brauche ein anderes Symbol. Okay, das habe ich aber noch nicht. Naja, aber das ist glaube ich das Symbol, was man als nächstes hier lernt. Deshalb muss ein paar B. Ah, da muss ein paar B. Okay, ich brauche seinen... Ich habe es gesehen. Ich brauche seinen Schwanz. Und seinen Schwanz. Und seinen Schwanz. Das ist ein Kristall. Oh Gott. Achso, weil das sind die Viecher, die quasi... Ne? Jetzt. Oh oh. Ist er jetzt noch da? Hä? Ist er jetzt wieder nett oder ist er jetzt immer nur... Ja. Ah ja. Uh. Okay, ah, wenn man das abnimmt, dann sind sie nicht mehr korrumpiert. Ja. Ja. Und was uns hinter diesem Tor erwartet... Das sehen wir in der nächsten Folge. Ja. Haha. Goodbye. Ciao. 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 Ciao.